Der Beagle im Rassecheck Doggo macht Bekanntschaft mit einem echten VIP unter den Hunden. Immerhin ist der Beagle eine der bekanntesten Hunderassen der Welt, die um das Jahr 1400 entstanden ist. Ganz schön alt also. Mindestens genauso alt sahen die Kaninchen aus, die von ihnen aufgespürt wurden. Denn Beagles sind vorzugsweise für die Jagd genutzt worden. Und das bis heute. Doch die meisten Vertreter dieser Rasse sind lebenswerte Hunde. Der perfekte Familienhund also. Oder genauer? Ein liebenswerter Meutehund. Deshalb braucht er auch viel Bewegung. Lange Strecken sind der optimale Auslauf für den Vierbeiner. Perfekt ist auch sein äußerst ausgeprägter Geruchssinn, mit dem er die feinsten Spuren aufnehmen kann. Beagle sind ziemlich intelligente Tiere. Was nicht unbedingt dazu führt, dass sie sehr gehorsam sind. Immerhin sind sie als Jagdhunde im freien Feld so geprägt, dass sie eigenständig agieren. Erst eine gute Erziehung führt also dazu, dass der Beagle auf einen hört. Auch wenn er bereits von Natur aus ein nahezu perfektes Gehör hat. Schon die kleinsten Geräusche lassen ihn aufhorchen. Bemerkt er dabei etwas Unbekanntes, bellt er, um sein Rudel zu warnen. Aber Vorsicht! Beagle sind keine Wachhunde, dafür sind sie viel zu freundlich. Jeder Einbrecher könnte sie kinderleicht mit einer Wurst bestechen. Wer so gerne frisst, der kann doch schnell mal was Falsches in den Rachen bekommen. Falls es dem schlauen Vierbeiner dann mal schlecht geht, sei es, weil er etwas Falsches gefressen hat oder aufgrund von Krankheit oder einem Unfall, gibt's den Tierkrankenschutz der Deutschen Familienversicherung. Mit bis zu 100 Prozent Kostenerstattung. Ganz egal, ob für Operationen oder ambulante Behandlungen. Alles wird bis zum vierfachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte erstattet. Egal wo auf der Welt du dich befindest, der DRV Tierkrankenschutz ist immer an deiner Seite. So weit, so gut abgesichert. Den Ratgeberlink zu allen weiteren Infos rund um das Thema Beagle sowie den Link zu unserer Webseite findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du noch mehr über die Beagle-Erziehung, ihre Haltung oder andere spannende Hundethemen lernen möchtest oder dich für weitere Infos und Tipps rund um Vierbeiner und Gesundheit interessierst, hier gibt's zahlreiche Videos rund um wissenswerte Themen. Und mit dem Abo unseres Kanals musst du auch nie wieder ein Video verpassen.